Herzlich willkommen zur neuen Kawasaki-Web-Show. Ich habe auch heute wieder interessante Gäste für euch da. Zum Beispiel den Sandro Cortese, der ist Zweifahrer-Motorrad-Weltmeister. Außerdem spreche ich mit Toni Boerner über die IDM, über Endurance-Rennen und über die Superbike. Die Monika von Mercy kommt vorbei, die setzen sich ein für Unterfahrschutz an Leitplanken für Motorradfahrer. Und ich spreche mit der Anna, die hat im letzten Gewinnspiel eine Z900 für ein Jahr gewonnen und ist sehr Kawasaki begeistert. Das und mehr seht ihr nach dem Intro. So, das war's. Dann starten wir auch gleich rein mit dem ersten Thema. Dafür habe ich mir den Toni Boerner geholt. Erstmal Servus Toni. Moin Moin. Schön, dass du da bist. Erzähl doch am besten am Anfang mal so ganz grob, was machst du und was hast du heute so zu erzählen? Ja, also ich bin im Endeffekt als Freiberufler im Motorradrennsport tätig, jetzt schon seit über zwölf Jahren und begleite die ganze Szene eigentlich von IDM über Langstrecke, MotoGP, Superbike, WM, Isle of Man, Macau, also die ganz verrückten dann. Ja, als Fotograf, als Berichterstatter, als Boxengassen-Kommentator für Eurosport in der Langstrecke und natürlich seit jetzt zwei Jahren betreue ich das Gesamtprojekt Kawasaki-Racing.de, also wo wir alles zusammenlaufen lassen, was Kawasaki an Rennsport in Deutschland betreibt. Auf jeden Fall. Also die IDM mit allen Klassen, also 300, 600 Superbike und die MX Masters und dann natürlich aber auch die großen Erfolge, wie jetzt Eli Tomek als Supercross-Weltmeister in den USA oder Jonathan Ray in der Superbike-WM. Das heißt für alle, die Kawasaki begeistert und Rennsport begeistert sind, ist Kawasaki-Racing.de die Anlaufstelle überhaupt. Genau. Und das heißt, du bist immer hautnah dabei, bei eigentlich allen Klassen, sage ich mal. Ich würde sagen, die IDM in Deutschland ist ja schon sehr bekannt, kennen ja doch die meisten. Da bist du eigentlich immer voll dabei. Ja, also die, sage ich mal, in meiner Prioritätenliste sind Langstrecke und IDM ganz weit oben. Das sind so die, wo ich alle Rennen betreue. MotoGP, Superbike-WM jeweils dann noch, wie es in einen Zeitplan reinpasst. So ein Jahr hat nur 365 Tage und so circa 270 bis 280 Tage vom Jahr war ich in Spitzenzeiten nicht zu Hause. Also wirklich immer da, immer. Also der Papa wird sich das jetzt dann ein bisschen ändern. Also da muss man dann schon ein bisschen gucken, dass man das alles unter einen Hut bekommt, aber ja. Wie ist das denn dann? Ich sag mal, du bist seit zwölf Jahren in dem ganzen, machst du das, sag ich mal? Das heißt, seit zwölf Jahren auch bei der IDM? Oder wie lange bist du da? Ja, IDM hatte ich zwischendrin eine Pause. Okay. Aber seit zwölf Jahren ist es wirklich so, dass ich reinweg nur im Motorradrennsport arbeite. Wie hat es denn, ja genau, wie hat es denn angefangen? Ja, meine Eltern haben mich 1990 mit drei, vier Jahren das erste Mal mit an die Strecke genommen. Also auch schon Motorrad begeistert. Mutter fährt Motorrad, Vater fährt Motorrad, Opa fährt Motorrad. Ja, und mein Vater hatte früher eine Dunkelkammer, also da habe ich dann noch wirklich mit Filmen fotografiert und das gelernt. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Das heißt, perfekt eigentlich von klein auf direkt da gewesen. Genau. Und dann jetzt, genau, auf dem Motorrad dann gelandet. Also ich musste nach der Ausbildung nie wieder eine Bewerbung schreiben, sagen wir es mal so. Ja, perfekt. So ist es perfekt. Das heißt aber, du bist bei der IDM schon länger dabei. Erzähl mal so ein bisschen, wie waren so die letzten Jahre bei der IDM? Was hat sich so getan? Wo sind wir jetzt? Wie sieht es da gerade aus? Also mit der IDM hat es im Endeffekt auch im größeren Stil angefangen, sag ich mal. Damals hat der DMSB die IDM noch selbst vermarktet und da war ich dann mit im Presseteam, hab da die Pressekonferenzen auch moderiert und gedolmetscht und Texte geschrieben. Auch als der Sandro noch IDM gefahren ist, damals noch als Italiener. Und ja, so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Dann kam immer mehr dazu. Und bei der IDM, ganz klar, die hatte vor vier, fünf, sechs Jahren, hatte die wirklich einen Einbruch. Da würde ich aber sagen, das hing vielleicht auch mit dieser Wirtschaftskrise zusammen. Und so ein bisschen, dass sich da Köpfe im Hintergrund, um es mal vorsichtig zu sagen, so ein bisschen verstritten haben und so politische Themen im Raum standen. Und ja, man hatte echt gedacht, die IDM ist tot. Und jetzt muss man sagen, Gott sei Dank, in den letzten Jahren ist es wieder vorwärts gegangen. Es kamen jetzt ja auch, sagen wir mal, attraktive Cups mit dazu. Wir haben es mit einem 300er Cup, Twin Cup, also auch für Einsteiger, sage ich mal. Und da ist eigentlich für jeden was dabei. So ein Rennwochenende bei der IDM, das sieht man insgesamt fünf, sechs Rennen? Am Samstagabend, ja. Ja, an einem Tag, ja. Also die Superbike 2, die 600er 2, die Seitenwagen 2, da sind wir schon bei sechs. Dann haben wir noch die Cups, also du ziehst locker zehn, 15 Rennen, sage ich mal. Du bist eigentlich ja für jeden Motorrad begeistert, für jeden Rennsport begeistert und ein Muss. Genau. Karten kosten nicht viel, da vorbeizuschauen. Dieses Jahr jetzt... Dieses Jahr war es schwierig, sagen wir mal eine Ausnahme. Ja, wir haben die Veranstaltung wahrscheinlich ohne Zuschauer stattfinden, beziehungsweise jetzt ist ja der neue IDM-Kalender raus. Es geht los Mitte August mit Assen und dann noch Sachsenring, Lausitzring und Hockenheim. Gibt es da Live-Übertragungen oder sowas? Geplant ist das, dass es wieder einen Livestream gibt, so wie letztes Jahr auch vom Finale. Und ja, jetzt sind es ja nur vier Rennen, sozusagen. Dann will man das, wenn schon keine Zuschauer kommen können, will man das natürlich auch im Zusammenschluss aus den ganzen Sponsoren, Industriepartnern, Herstellern und so weiter auf die Beine stellen. Das wirst du dann auch auf deiner Seite bestimmt bekannt geben für alle, die jetzt sagen, okay, so ein Livestream interessiert mich, wo das stattfindet. Wir werden jetzt das Thema IDM natürlich wieder groß anschieben auf Kawasaki-Racing.de und dort dann auch die ganzen Informationen zusammentragen. Es wird leider für die Zuschauer dieses Jahr nicht so werden wie sonst, weil eigentlich der Fahrerlagereintritt immer frei ist. Da fehlen jetzt noch die letzten Genehmigungen oder ob das wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber man hört munkeln, den Lausitzring kann man die Tribüne vom Fahrerlager abtrennen sozusagen oder die Tore halt einfach nicht aufmachen, dass man dort wenigstens sagt, ihr könnt gucken, ihr könnt euch auf die Tribüne setzen und die Rennen verfolgen. Okay, dann bist du ja auch bei Endurance-Rennen ganz viel dabei. Genau. Erzähl mal so ein bisschen, wo bist du da alles, wo finden überhaupt alles Endurance-Rennen statt, wo bist du da unterwegs? Ja, wir haben… Aber erstmal vielleicht, was ist Endurance? Vielen sagt es ja vielleicht gar nichts. Ja, Endurance ist englisch Ausdauer, das ist eine französische Erfindung tatsächlich und ja, jeder wird schon mal was von 24 Stunden Le Mans gehört haben, ist ja durch die Autos bekannt und das gibt es auch für Motorräder, genauso wie der Boldore. Der findet in Le Castellet statt in Südfrankreich. Das sind diese beiden 24 Stunden Rennen, die wir haben im Jahr. Dann haben wir die 8 Stunden in Oschersleben, also in Deutschlandlauf. Die 8 Stunden in Suzuka, Japan, das wichtigste Rennen für alle japanischen Hersteller. Und ja, bis letztes Jahr war noch Slowakia-Ring dabei, der ist jetzt raus und dafür ist reingekommen 8 Stunden Malaysia. Also wir sind letztes Jahr, also am dritten Advent sogar. Wir hatten Stollen und kleine Christbäumchen und Weihnachten in Malaysia und sind da noch am dritten Advent ein bisschen Rennen gefahren. Und ja, perspektivisch nächstes Jahr eventuell, vielleicht jetzt durch die ganze Situation verschieben, Verschiebung um zwei Jahre, aber dann eventuell wieder der riesengroße Klassiker 24 Stunden Spar. Okay. Das ist ein Gespräch und das wäre schon mal eine Hausnummer wieder. Seit wann bist du da dabei bei Endurance? Also bei der Endurance, als es in Oschersleben noch 24 Stunden Rennen waren, da sind die in meinen 14. und in meinen 18. Geburtstag reingefahren. Also hatte ich immer zum Sonntag Geburtstag. Ja. Also ich bin seit in der Oschersleben bei der Speed Week dabei, seit, wann gibt's die, 98, 99? Das von Anfang an. Ja. Was hat sich da getan? Wie ist denn vielleicht auch die Begeisterung, oder wie ist so insgesamt das Gefühl auf der Rennstrecke, hat sich das gewandelt? Über 20 Jahre sind das schon. Die Zuschauer mehr, weniger? Also Zuschauer in Frankreich gleichbleibend sage ich mal immer um die 100.000. Völlig eskalierende Franzosen. Wenn der Japaner in Suzuka eskaliert, dann steht er auf zum Klatschen. Also so viel Disziplin hat der Franzose nicht. Ja, Oschersleben, mega geil. Weniger Zuschauer logischerweise, als wenn es ein 24er gewesen ist früher. Aber da kann ich mich auch noch erinnern, so 80.000 und Zeltstätte und alles. Heute ist das weniger, oder? Ja. Ja, weniger. Schneid mal die Frage raus. Sportlich gesehen ist die Langstrecke in den letzten, also sie war früher so ein bisschen als Alternensport verschrien. Oder so, dass man das nach seiner Karriere nochmal gemacht hat. Das kannst du jetzt völlig vergessen. Also wir haben ein 24-Stunden-Rennen, wie du sagst, vor 20 Jahren hast du früh um 6, um 7 auf die Listen geguckt. Da war ein Team mit 10, 12 Runden Vorsprung vorn. Jetzt haben wir die Entscheidungen auf der letzten Runde. Das heißt, die Spannung durch bis zum letzten Moment. Das sind eine Minute, das sind 20 Sekunden, 17 Sekunden. Also wie eben auch der Weltmeistertitel von SRC Kawasaki in Suzuka, wo in den letzten 5 Minuten oder 3 Minuten eines 8-Stunden-Rennens immer noch eine lange Distanz alles kippen kann. Das ist brutal. Also das ist eigentlich von der Spannung her, dass ich sag mal mehr geht eigentlich nicht. Also gerade jetzt aktuell, wenn es so auf Augenhöhe ist und dann doch mal eine Überraschung kommt, sage ich mal, dann ist das schon ziemlich brutal. Jetzt bist du ja auch unter anderem noch bei den Superbike-Rennen. Genau. Wie oder seit wann geht das? Was sieht man da überhaupt? Was siehst du da überhaupt alles? Ja, gut, du hast natürlich, die einen sagen, es ist ein Privileg, daraus an die Strecke zu dürfen. Für mich ist es Arbeit. Es hat sich auch anstrengend, da den ganzen Tag über die Strecke zu hüpfen. Es hat sich alles etwas gewandelt. Früher hat es sozusagen gereicht, wenn die den meisten, wenn die Montag, Dienstag, Mittwoch nach dem Event so ihre Fotos hatten. Angefangen habe ich mit 2,36er Filmen. Einen hat mein Papa gesponsert, einen habe ich selber gekauft. So bei 72 Bildern. Da war es meist so, Mutter in der Mitte der Kurve, Vater am Eingang, ich am Ausgang. Und dann haben wir ihr die Startnummern zugerufen und dann hat sie abgehackt, wie wir schon haben, damit wir auch wirklich jeden einmal fotografiert haben. Heute hast du von so einem Wochenende Endurance 10.000, 15.000, 20.000 Bilder, die du vor Ort jeden Tag sortieren musst, bearbeiten musst. Und die Fahrer, die kommen rein, haben eigentlich den Helm noch offen. Und so wie die den absetzen, hast du schon ein Foto für mich. Du kommst gerade von der Strecke und die wollen aber schon mal posten. Bestes Beispiel noch in Le Mans. Da ist vor mir der Eja Mikalczyk an der schnellsten, ja, Ende Start Ziel, an diesem Rechtsknick abgeflogen. Motorrad klimperklar, sitzt dort wie ein Häufchen Elend. Ich komme mit meinem Roller dazu und sage, Eja, soll ich dich mit reinnehmen? Dachte er, er ist froh. Das Erste, was er zu mir sagt, hast du meinen Sturz fotografiert? Das ist natürlich ein bisschen anders geworden, als früher das war. Aber ich sage mal, dann ist auch viel zu sehen. Dann hast du natürlich von so einem Event auch richtig viel Material, richtig viel Action, was da dann abgeht. Bei der Superbike-WM ist halt das Schöne, dass das alles irgendwo ähnlich vergleichbar mit der IDM ist. Das Fahrerlager ist offen. Du hast eine riesen Paddock-Show, wo die Fahrer zum Interview kommen. Das ist zum Anfassen. Autogramme schreiben, ja gut, Autogramme schreiben ist ein bisschen altmodisch. Eher meine Generation, die neue Generation halt Selfies machen. Und ja, dort steht auch mal ein Boxentor auf. Da ist auch die Verkleidung mal ab. Da kannst du dir das mal angucken beim Bitwalk. Bei anderen, sage ich mal, Top-Rennenklassen dann sofort da irgendwie nochmal ein extra Zaun selbst im Training gezogen wird, damit ja keiner sich was abgucken kann. Ja, ich sage mal, auf jeden Fall viel erlebt. Sag doch mal irgendwas, was dir jetzt aus einer der Klassen, musst du auch nicht dazu sagen, welche, wenn es eine interessante oder wenn es so eine heikle Geschichte ist. Was ist dir so im Kopf geblieben, jetzt aus zwölf Jahren echten Motorsport dabei sein, so ein echten Erleben? Irgendeine Story, wo du sagst, hey, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Da gibt es zu viele. Ich glaube, ich bräuchte wirklich mal Zeit, um da ein Buch zu schreiben, so ein paar Geschichten, aber ja, wo fängt man an? Ich glaube, der emotionalste Moment, den ich je erlebt hatte, war 2008, als Robert Dunlop auf der Nordwest 200 tödlich verunglückt ist, überfahren vom Teamkollegen seines Sohnes nach einem Motorschaden und zwei Tage später hat sein Sohn Michael Dunlop das Rennen da gewonnen. Ja, Bruder. Gerade Familie Dunlop, Michael ist auch schon mit Kawasaki auf der Isle of Man gefahren, aber es sind ja eigentlich nur noch zwei übrig von den vielen. Die leben halt dafür, die kennen nichts anderes. Brutaler Moment auf jeden Fall. Dann auch bildtechnisch festgehalten und voll dabei gewesen. Nee, und selbst wenn ich das fotografiert hätte, solche Fotos habe ich noch nie rausgegeben. Ich habe schon viele Stürze fotografiert, aber irgendwo da ist dann pietätlos. Ja, klar. Also der Familie oder irgendjemanden würde ich es zur Verfügung stellen, aber in Zeitungen oder Öffentlichkeit? Nee, nicht zu viel. Dazu ist das Herz zu sehr am Motorradfahrer. Auf jeden Fall, verstehe ich. Viel erlebt auf jeden Fall in deinen zwölf Jahren jetzt schon. Du hast bestimmt ja auch in der Superbike dann schon mal jetzt mit oder früher in der MotoGP mit Sandro Moto2, Moto3, mit Sandro Cortese zusammengearbeitet. Denn wir tauschen jetzt einmal die Plätze. Genau. Ich verabschiede dich. Wir sprechen später nochmal eine Runde. Und jetzt sprechen wir mit Sandro Cortese, einem zweimaligen Motorrad-Weltmeister. Und dazu schauen wir uns jetzt erstmal was an. Das ist wieder. Ja, klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir bei unserem nächsten Gast, dem Sandro Cortese. Servus Sandro erstmal, schön, dass du hier bist. Servus, hallo. Wir hatten ja vor kurzem schon das Vergnügen zusammen ein bisschen fahren zu gehen, da kommen wir später drauf. Jetzt erstmal reden wir ein bisschen über dich. Erzähl mal, wie läuft es aktuell? Du hattest jetzt die ersten Tests, du bist schon ein bisschen gefahren. Wie sieht es aktuell bei dir aus? Ja, nach langer Zeit wieder auf dem Motorrad gesessen. Ich glaube, seit ich zurückdenken kann, gab es nie so eine lange Pause, wie aktuell, also es waren vier Monate wirklich ohne Motorrad fahren. War für uns alle Rennfahrer schwierig, aber ja, es geht ja bald wieder los, Gott sei Dank, und dann hoffen wir, dass die Normalität langsam aber sicher wieder einkehrt und wir trotzdem eine gute Saison fahren können. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht jetzt, wenn du nicht Motorrad fahren konntest? Wie hast du dich fit gehalten vielleicht? Wie hast du die Zeit rumgebracht? Wir hatten ja das Glück in Deutschland, dass wir trotz eigentlich des Lockdowns, sagen wir es mal so, noch zu Hause trainieren durften. Also ich durfte bei uns in Baden-Württemberg ganz normal, habe ich mein Rennrad genommen und bin trainieren gegangen, habe daheim dann mein Homegym aufgebaut und die Sachen, was man trainieren konnte, soweit es ging, von daheim aus erledigt. Und das macht natürlich nicht immer ganz so viel Spaß, aber um körperlich fit zu bleiben, war es gut. Und mittlerweile dürfen wir wieder Motorrad fahren. Ich bin auf dem Pitbike unterwegs, Motocross, also wirklich das, was man alltäglich macht, um wirklich für die Saison wieder fit zu werden. Perfekt, Pitbike ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil wir natürlich ganz viel, oder wie hast du denn damals früher angefangen, wenn wir jetzt aus der aktuellen Zeit mal nach früher gehen, wie ist bei dir die Karriere losgegangen? Du hast ja wirklich jetzt schon eine eigentlich sehr lange Karriere hinter dir oder schon viele Rennjahre hinter dir. Wie ging das los? Wie waren so deine Steps? Ja, ich habe wirklich ganz früh angefangen. Also mit zwei Jahren habe ich von meinem Dad eine kleine Motocross-Maschine bekommen. Mit zweieinhalb dann hatte ich mir so einen Seitenwagen gebaut, damit ich nicht umkippe, konnte noch nicht Fahrrad fahren, aber Motorrad fahren. Und dann waren die ersten Jahre wirklich nur Motocross, also dann auch mit der, damals noch Kawasaki 60 Kubik, so einen Zweitakter, dann auf die 80er umgestiegen und dann ging es zum Pocketbike. Also mein Traum war immer Straßenrennen fahren. Und als ja kleiner Bub, sagen wir so, ging es ja noch nicht. Darum bin ich immer Motocross gefahren, dann einige Jahre Pocketbike, dann ging es in den ADAC Minibike Cup, bin dort zwei Jahre gefahren und danach direkt in die IDM zwei Jahre. Damals gab es noch die 125er-Klasse. Genau, damals waren nur, ja, 125er, 250er waren Zweitakter auch die 500 Kubik damals noch. Bin dann zwei Jahre IDM gefahren und 2005 ging es dann in die Weltmeisterschaft. Okay, dann direkt hochgestartet. Genau, direkt so ins kalte Wasser geschmissen. Also heutzutage werden die Jungs ja ganz anders vorbereitet. Es gibt Wildcard-Einsätze, einzelne Rennen in Europa oder auch die spanische Meisterschaft, wo eigentlich alle Grand Prix-Strecken gefahren werden, wo die ganz jungen Fahrer eigentlich schon die ganzen Strecken kennen. Ich bin, das erste Rennen war in Charest 2005. Ich habe die Strecke zuvor nie gesehen. Okay, brutal. Zu der Zeit waren in Charest über 240.000 Zuschauer am Rennsonntag. Okay. Das war für einen 15-Jährigen damals, also ich bin mit einem Gefühl in die Warm-Abrunde gefahren, also das kann man gar nicht beschreiben. Und ja, und heute bin ich in der Superbike-WM. Das Gefühl in der Beschreibung ist eigentlich perfekt, um eine kurze Frage anzuwerfen. Ich habe auf Instagram die Zuschauer gefragt, was sie von ihr wissen wollten. Und da kam ganz oft die Frage, wie ist denn das Gefühl, wenn man das erste Mal Weltmeister wird? Was schießt einem als allererstes in den Kopf? Ist es vielleicht auch Erleichterung dann? Oder wie fühlt man sich da? Kann man das realisieren? Wenn ich gerade zurückgegangen in Malaysia 2012, da sind so viele Eindrücke. Das kann man gar nicht weiterarbeiten. Und ich habe eigentlich von klein auf immer nur den einen Traum, Weltmeister zu werden. Und in dem Moment, ich habe das Rennen damals sogar gewonnen, da waren so viele Glücksgefühle. Ich habe das Rennen jetzt gewonnen. Klar, ich bin Weltmeister, aber das kommt erst so ein paar Stunden später und wenn man dann abends zurück ins Hotelzimmer geht und den Tag nochmal Revue passieren lässt, was da eigentlich alles so auf einen eingedrungen ist, so über die Ziellinie fahren, in der ersten Kurve anhalten, den goldenen Helm anziehen, die Familie wartet da schon mit der Deutschlandflagge, mit der Nummer 1. Also das waren unglaubliche Gefühle. Und wirklich, es war in Anführungsstrichen so eine kurze Zeit an dem Tag, wo man eigentlich das ganze Leben lang so dafür hinarbeitet. Man hat da das Rennen, dann die Feier so nach dem Rennen, aber genau für die Minuten lebt man als Rennfahrer. Und mich solche, ja, diese Gefühle und Eindrücke, ich glaube, das nimmt man so das ganze Leben lang mit. Und ich hatte das Glück, 2018 nochmal Supersport-Weltmeister zu werden. Genau. Und da kommen die Gefühle einfach wieder hoch. Da wollte ich jetzt gerade dann drauf hin. Auch natürlich klar, die Gefühle kommen wieder hoch. Wie hat es sich denn unterschieden, vielleicht auch die Klassen selber? Ich nahm mal das andere, war Moto3-Weltmeister, ja, das erste Mal. Und jetzt dann Supersport 600. ist ja schon was ganz anderes nochmal. Wie waren da so die Unterschiede? Vielleicht auch von, wenn man das jetzt so sagen kann, vom Niveau, von der... Niveau würde ich nicht sagen, weil natürlich in der Moto3, Moto2, WM und MotoGP, es ist wirklich, es ist die Prototypen-Weltmeisterschaft. Es ist immer das Höchste und Beste vom Besten. Aber auch in der Supersport-Weltmeisterschaft sind vielleicht nicht die ersten 20 auf dem Level, wie es in der Moto2 vielleicht ist. Aber in der Supersport sind es dann vielleicht die ersten 10. Und egal, wo man fährt in der Weltmeisterschaft, es ist nie einfach, aufs Podium zum Fahren, ein Rennen zum Gewinn und erst recht nicht eine Weltmeisterschaft zum Gewinn. Und darum ist es sehr, sehr schwierig, auch das den Leuten zu erzählen. Und es kam auch nach mir viele Jungs aus der Moto2 oder Moto3-WM, wo auch in die Supersport gewechselt sind, gerade letztes Jahr und sich immens schwer getan haben. Und ich bin dann damals gekommen und ich habe das gleich im ersten Jahr geschafft und bin dann in die Superbike-WM aufgestiegen. Für mich war der Titel genauso wichtig wie der Moto3-WM-Titel, weil ich hatte schwierige Jahre in der Moto2, viele Verletzungen. Und das nochmal zum Bestätigen, was ich in der Moto3-WM-Titel geschafft habe, tat mir persönlich, einfach für mich, war das einfach sehr wichtig. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Jetzt bist du wieder aufgestiegen zur Superbike. Bist jetzt aber dann die ersten Tests gefahren. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen gequatscht. Erklär mal so ein bisschen auch die Unterschiede vom Fahrerischen durch. Ich habe gesagt, die Niveaus sind überall gleich. Es ist aber schon nochmal natürlich etwas anderes, die Superbike zu fahren. Oder sagst du, das ist... Also wenn man jetzt Supersport und Superbike vergleicht, sind es wirklich nochmal ganz große Unterschiede. Also klar, wir haben auf einer Seite Supersport 600, Superbike 1.000 Kubik. Es wird viel mehr Elektronik benutzt in der Superbike, natürlich, weil einfach so viel mehr PS auch verfügbar sind, die man so eigentlich gar nicht nützen kann. Also klar, es gibt die verschiedenen Marken, wo teilweise vielleicht mal weniger, mal mehr PS haben, aber wir können die alle gar nicht ausnützen, die PS, weil wir eigentlich immer kämpfen, sei es mit Wheelie, mit Traction, dass wir versuchen, möglichst viel Grip, möglichst viel Power zu haben, Endgeschwindigkeit, aber immer zum richtigen Zeitpunkt. Und das geht einfach nur über Elektronik und das geht in der Supersport-WM. Erstens finanziell haben die da einen Rahmen geschafft, dass man da die Kosten deckt, dass man da nicht zu viel Elektronik benutzt und man braucht das auch nicht so viel in der Supersport-WM. Ja, und natürlich sind dann auch die Kosten in der Supersport-WM einfach viel höher als jetzt in der Supersport-WM. Wir fahren drei Rennen am Wochenende in der Supersport-Sitz 1. Es werden Slick-Bereifung gefahren bei uns in der Supersport-WM erst seit diesem Jahr. Wie ist denn der Unterschied in der körperlichen Belastung? Jetzt auch, wenn du zurückdenkst an damals Moto2, Moto3, wie ist die körperliche Belastung? Drei Rennen an einem Wochenende ist ja hardcore. Ich musste schon viel mehr Konditionstraining machen, Krafttraining machen. Klar, so ein Rennen am Wochenende, das schafft jeder. Natürlich auch unterschiedlich, also wenn man gewinnen will, muss man sich anders vorbereiten. Aber dann als Neuling in der Supersport-WM direkt mit drei Rennen am Wochenende, es ist nicht nur das Körperliche, es ist auch einfach das Mentale. Also man hat ja direkt nach dem Qualifying am Samstagmittag schon Rennen 1 und ich war das gewohnt, okay, nach einem Rennen ist das Wochenende beendet. Aber da geht eigentlich das Wochenende erst los, weil man hat am Sonntag das Sprintrennen in der Früh und dann nochmal das Hauptrennen am Nachmittag und so der Körper oder das Adrenalin nach einem Rennen, die Ausschüttung, da ist man einfach wirklich, ja, K.O. Und dann muss man eigentlich nochmal wirklich sagen, okay, eigentlich, wir haben ja noch zwei Rennen am Sonntag, da ging die Vorbereitung eigentlich auch ganz anders nochmal. Man bereitet sich körperlich anders vor, mental auch die ganzen, sei es Vitamine oder was man zu sich nimmt, um auf dem Level zu bleiben, was man am Samstag hatte. Aber meiner Meinung nach, ja, liebe ich das gerade an der Klasse, weil oft ist es so, dass man vielleicht, man startet super ins Wochenende, kann das Topgefühl mitnehmen in Rennen 2 und 3, aber es kann auch oft sein, dass man, ja, das Rennen vielleicht eine falsche Abstimmungsentscheidung getroffen hat, man hat in die falsche Richtung gearbeitet, es lief nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, hat dann am Sonntag nochmal die Chance, aus dem, sagt man, vielleicht nicht so tollen Wochenende, was bis jetzt war, nochmal das Ganze, ja, in eine positive Richtung zu wandeln. Also was du erzählst, natürlich, kann ich mir schon vorstellen, dass das also einmal natürlich von der Belastung und auch vom, vom, alles was du erlebst, also brutal. Jetzt fährst du ja in der, in der Superbike direkt die ZX-10, die ja schon irgendwie aufs Straßenmotorrad, also vom Straßenmotorrad kommt und wir beide sind ja vor kurzem die ZX-10 RR und die ZH-2 gefahren und ich glaube, dazu schauen wir uns erstmal einen kleinen Ausschnitt an. Die ZX-10 RR wird das immer noch in der ZX-10 RR nicht so tollen, die ZX-10 RR nicht so tollen, die ZX-10 RR nicht so tollen. Ja, nochmal ein riesen Dankeschön auch in FaktMotion, dass wir das Gelände haben nützen können. Ja, das war ein langjähriger Freund von mir und auch Sponsor. Und ich denke, wir beide hatten einen echten mega coolen Tag. Auf jeden Fall, ja. Sei es auf der Landstraße als auf dem Gelände, als wir die zwei Motorräder haben, mal ans Limit bewegen dürfen. Und ja, erzähl mal, wie fandest du? Also ich muss sagen, ich fand auf jeden Fall das Sprintrennen, das wir gemacht haben, super interessant. Einfach um zu sehen, wo hat welches Bike so ein bisschen seinen Vorteil, sag ich mal. Man hat klar gemerkt, natürlich die ZH2 hat ja keine Chance untenrum, weil sie einfach nur mit Wheelies gekämpft hat. Bei der ZX10, du bist deutlich besser weggekommen als ich. Ja, ich denke, das ist auch einfach dem Supersportler zu schulden. Also ich denke, das wäre schlimm, wenn jetzt die ZH2 gewonnen hätte, weil einfach die ZX10 ein reinrassiges Rennmotorrad ist. Aber ich muss sagen, auf der Landstraße, wenn wir rüber gehen, hat die ZH2 auch einfach mega Spaß gemacht. Also ich war wirklich überrascht. Ich bin davor noch nie einen Kompressor gefahren. Also die Power, was das Motorrad hat, hat mir unterm Helm einfach ein Lächeln bereitet. Und kann man auch nicht vergleichen mit etwas anderem. Nein, es waren zwei komplett verschiedene Motorräder, wo beide immens viel Spaß gemacht haben. Wir sind auf der Landstraße ein bisschen gefahren. Das komplette Video könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Da packen wir mal hier, ich denke, in der Videobeschreibung den Link rein. Ist auf jeden Fall extrem spannend geworden. Man hat natürlich jetzt schon ein bisschen was gesehen. Ich denke, beide Motorräder haben so ihre Vor- und Achthäule, sage ich mal. Für den Alltag kann man beide gut nutzen. Auf jeden Fall. Wir hatten mit beiden viel Spaß und wir konnten beide mal ein bisschen ans Limit bringen. Ja, wie gesagt, ich denke, das Video könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Und dich tausche ich jetzt wieder aus mit unserem nächsten Gast. Wir sprechen später nochmal. Dann bis später. Bis später. Und die Entscheidung war nicht einfach. Aber im Endeffekt sind wir zum Entschluss gekommen zu einem glücklichen Gewinner beziehungsweise einer glücklichen Gewinnerin. Marco, jetzt machen wir es noch ein bisschen spannend. Wie heißt sie? Die fängt mit A an. Und hört mit Anna auf. Genau. Mit Na, oder so. Genau. Also gewinnen hat die Anna. Auf Instagram heißt sie. Ich lese es kurz ab, dass ich keinen Fehler mache. Sie heißt auf Instagram AlphaLimaLimaUnterstrich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Z900 für eine Saison gewonnen und die einen gewinnen Motorrad-Weltmeistertitel und die anderen gewinnen eine Z900. Deshalb habe ich jetzt neben mir die Anna sitzen. Du hast bei der letzten Kawasaki Web Show die Z900 für ein Jahr gewonnen. Erzähl mal erst mal, wie war das? Was war das für ein Gefühl? Wie viel bist du seitdem schon gefahren? Erzähl. Also ich habe irgendwie bei diesem Gewinnspiel mitgemacht, weil ich kannte ganz viele, die mitgemacht haben. Und dachte, ja komm, man gewinnt ja eh nix. Und dann habe ich irgendwann also eine Nachricht gekriegt, dass ich mich doch bitte mal melden soll. Und dann, da saß ich gerade in der Uni und dachte, das kann gar nicht wahr sein. Aber es war dann tatsächlich wahr. Und ja, dann war das alles ein bisschen schwierig wegen Corona. Und wann kann ich sie jetzt haben und sowas. Und dann habe ich sie Anfang April bekommen. Und bin seither 7000 Kilometer gefahren. Das heißt 7000 Kilometer gefahren. Du bist jetzt bis dahin auch 7000 Kilometer gedrosselt gefahren. Und hast jetzt vor kurzem die A2, weil es geht um die A2 Z900, die 70 kW Version. Und die hast du jetzt entrosselt. Bist auch schon entrosselt gefahren. Ja genau, also ich bin so 500 Kilometer entrosselt gefahren. Aber es ist schon sehr beeindruckend. Auch gegen die anderen 6500 Kilometer ist es wirklich jetzt schon nach 500, kann ich sagen, es ist wirklich was ganz anderes. Also es ist ein deutlicher Unterschied von gedrosselt. Weil viele fragen natürlich immer, wie ist das gedrosselt und offen, lohnt sich das? Ja, also ich muss sagen, ich hatte, als ich sie gedrosselt gefahren bin, im Vergleich zu allen anderen Motorrädern, die ich gedrosselt gefahren bin, war die schon deutlich kräftiger. Auch in niedrigen Drehzahlen und sowas hat natürlich auch ein großer Motor. Aber nachdem sie dann offen war, also natürlich so, wenn man ja ein Motorrad drosselt und man entrosselt ist und man fährt genauso wie davor auch, also ja, mit bisschen Gefühl, ist es eigentlich genau das gleiche Motorrad. Nur wenn man dann eben mal ein bisschen Gas gibt, dann passieren da schon ganz andere Dinge. Und jetzt hast du auch schon gesagt, du bist ja einige Motorräder vorher gefahren. Du hast angefangen A2 mit einer Z300, richtig? Ja, genau. Wie ging das los? Wie bist du überhaupt zum Motorradfahren gekommen? Und warum dann Z300? Zum Motorradfahren gekommen bin ich eigentlich nur so durch Zufall. Also ich habe meinen Freund damals kennengelernt, der hat seinen Motorrad gerade nach einem Unfall gerichtet. Habe ich mitgeholfen und dann irgendwann, nachdem ich zwei Jahre mitgefahren bin, dachte ich mir, ja Mensch, eigentlich bin ich alt genug und eigentlich könnte ich das selber machen. Und dann habe ich eben meine Zwei-Führerschein gemacht. Und eigentlich wollte ich immer eine ER6N haben, weil ich halt klein bin und alle immer gesagt haben, das ist das beste Motorrad für kleine Frauen. Und dann habe ich durch Zufall diese Z300 entdeckt und dachte, ja Mensch, die gefällt mir viel besser eigentlich. Und so für den Anfang, klein und leicht. Und dann war ich eigentlich auch super zufrieden, bin auch knapp 12.000 Kilometer dann ein Jahr drauf gefahren. Du fährst schon ziemlich viel. Wie kam es dann von der Z300 auf die ER6N? Du hast danach dir eine ER6N geholt? Das war, also ich hatte das Motorrad gebraucht gekauft und irgendwann gibt es halt den Punkt, an dem man wirtschaftlich ein Motorrad wieder verkaufen sollte, weil dann irgendwann größere Sachen anstehen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass die Z400, die dann ja kam, sehr gut lief und da gab es wohl ein bisschen Nachfrageangebotschwierigkeiten. Und dadurch ist der Preis halt sehr gestiegen. Okay, das heißt, du hast die Gunst der Stunde ein bisschen genutzt. Ja genau, da habe ich die Gunst der Stunde genutzt und wollte dann eben was haben, weil ich eben schon so viel gefahren bin, noch mal ein bisschen was drauf fahren kann, bis ich sie aufmache, um mich eben dran zu gewöhnen. Und dann war ja ein kleiner, wie sagt man, ein kleiner Zwischenfall in deinem Motorradfahrerleben. Du hast ja jetzt zwei ER6Ns. Ja genau. Erzähl mal so ein bisschen. Also ich hatte mir dann eben die ER6N gekauft und dann hatte ich sie einen Monat etwa und dann habe ich mal so auf dem Tacho war ich noch an dem Tag, also wir sind durchgefahren, wir wollten eigentlich in den Südschwarzwald fahren, dann habe ich den Tag auf den Tacho geguckt und gedacht, Mensch, erst 1000 Kilometer in einem Monat, das ist schon wenig für dich eigentlich. Und dann, ehe ich es mir versehen habe, nach einer Stunde, wo wir unterwegs waren, ist dann halt eben ein Engländer auf der falschen Straßenseite gefahren und ich kam eben aus einer Kurve, aus der ich nicht gesehen habe. Und dann sind wir eben frontal zusammengestoßen und dann war natürlich nach einem Monat das Motorrad schon wieder komplett kaputt. Und du hast ja nicht viel getan, oder? Nee, ich habe mir nur den Skibeinkopf gerissen. Es ist seitdem jetzt wieder alles gut, alles geheilt, das ist das Wichtigste. Alles wieder komplett. Okay, das heißt, kurzes Vergnügen mit der ER6N. Jetzt hast du dir wieder eine geholt? Ja, ich habe mir dann nach langem überlegen, ich hatte ja auch mit der ER6N überlegt, aber dann dachte ich, eigentlich fand ich sie vom Fahren einfach super und die hat mir irgendwie gut gepasst und dann dachte ich, jetzt kaufe ich einfach wieder eine. Allerdings weiß ich nicht, es ist so ein bisschen schwierige Beziehung mit dem Motorrad zu fahren, mit dem man mal einen Unfall hatte. Also ja, ich war am Anfang sehr unsicher. Aber zum Ende hin, jetzt war es dann besser? Ja, es wurde besser. Es wurde besser. Aber mit der ER100 wurde es dann viel besser. Okay, das heißt, dein Jahr jetzt, wie lange hast du sie ganz genau? Weißt du das schon? Bis Ende vom Jahr? Ach so, ja, bis mal 31.10. Okay. Das heißt, bis dahin stehen noch viele Touren, viele Schwarzwaldtouren an? Ja, ich hoffe auch vielleicht eventuell in die Alpen. Mal sehen. Da gibt es nämlich auch noch einen Punkt. Es gibt ja gerade diese Fahrverbote in Tirol. Ja. Und es gibt einen Grund, warum jetzt die 70 kW Z900 die beste Z900 ist, weil? Weil die diese Standgeräuschnorm erfüllt und eben in Tirol noch fahren darf. Wie viel hat die eingetragen? 94, glaube ich. 95. 95, also ganz genau. Perfekt. Also, wenn alle, für alle die in der Z900 in Tirol fahren wollen, die 70 kWs deutlich besser. Darf egal. Man muss auch sagen, 95 PS reichen eigentlich. Also natürlich sagt man immer, nach zwei Wochen, wo man dann offen fährt, sagt man eigentlich, es können schon mehr sein. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn ich mir überlege, wie viel ich wirklich die 95 PS fahre, im Vergleich zu den, wo ich noch 48 PS hatte. Reicht. Also es reicht auf jeden Fall vollkommen raus. Allerdings ist mir aufgefallen, also ich bin noch nicht so viel gefahren, aber es scheint, als würde sie jetzt weniger verbrauchen. Ach krass. Vielleicht, weil du weniger Vollgas geben musst. Richtig. Verrückt, verrückt. Ich wünsche dir auf jeden Fall, Anna, viel Spaß noch für das Restjahr mit der Z900, dass du viele Kilometer fährst und dass wir uns dann vielleicht auch nochmal im Südschwarzwald sehen. Ich meine, man läuft sicher über den Weg, so groß ist es nicht. Ich wünsche dir viel Spaß und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und dann gehen wir jetzt nämlich zu unserem nächsten Gast und da freue ich mich schon sehr drauf, nämlich zur Monika von Merci. Jetzt freue ich mich, dass Monika da ist. Monika ist von Merci. Erklär doch mal, was ist Merci? Wer bist du? Was machst du? Ja, also ich bin Monika und bin die Gründerin von Merci. Du hörst schon, wir sprechen es Französisch aus. Okay. Das ist ein Wortspiel des Dankes. Und ich habe Merci vor fast 17 Jahren gegründet. Ich habe Freunde an der Leitplanke verloren. Nur einmal zum Vorgreifen. Merci setzt sich dafür ein, Unterfahrschutz an Leitplanken zu installieren. Das ist die Hauptaufgabe von Merci. Das ist es, genau. Und das seit fast 17 Jahren. Ich habe auch eine Freundin, die ist schwerst amputiert. Der fehlt. Der Stützpfosten ist ja die Problematik bei den Leitplanken. Und die hat an einem Stützpfosten, da hatte sie gerade ihren Führerschein, das linke Bein, linke Becken, Teile der Hüfte verloren. So und jetzt habe ich damals völlig unbedarft von nichts mehr Ahnung, habe ich von dem Unterfahrschutz gehört, dass es den in Frankreich gab. Und da habe ich gesagt, wieso Frankreich und in Deutschland nicht? Ist ja keine Entfernung, Distanz wie Timbuktu. Und dann habe ich einfach angefangen und habe gesagt, so ich setze mich jetzt dafür ein, der Unterfahrschutz muss nach Deutschland. Was ist dann das Problem, das Hauptproblem? Warum haben wir denn in Deutschland nicht flächendeckend diesen Unterfahrschutz? Dem wird es flächendeckend momentan auch noch in keinem Land geben. Das Problem ist immer das Geld. Lass mich aber nochmal zurückgreifen, wie es anfing, den Unterfahrschutz erstmal hier hinzubekommen. Es war sehr schwierig, weil ich bin wirklich, ich habe die ganzen Ministerien, Bundesländer, die habe ich quasi mit Montageanleitung, mit allem, habe ich denen erklärt, weil die wussten ja überhaupt nicht, wovon ich rede. Und es war sehr schwierig, das Thema erstmal überhaupt in die Köpfe derer zu bekommen. In einem Autoland denkt da eigentlich auch keiner dran, sag ich mal. Du, die Behörden sitzen auch nicht voller Motorradfahrer. Das ist das Problem. Und dann musst du ja auch Pionierarbeit leisten, weil du glaubst gar nicht, wie viele noch die Vorstellung haben, alles Rocker, alles Rasen, Selbstschuld. Ja. Und dann fängst du erstmal an denen zu erklären, dass der Motorradfahrer, was das heute für ein zahlungskräftiges Klientel ist. Er ist ein doppelter Verkehrsteilnehmer, Motorradfahrer fährt Auto und Pkw. Damals, vor 60 Jahren, als die Schutzplanke, deswegen sage ich jetzt Schutzplanke, in den Behörden und Ministerien heißt es Schutzplanke, sie soll ja schützen. Okay. Wurde damals nicht an den Motorradfahrer gedacht. Denn da war der Motorradfahrer, der war der arme Schlucker. Und der fuhr bei Wind und Wetter, fuhr der zu seiner Helga. Da saßen andere, schön, die es sich leisten konnten, die saßen im Auto. Also wurde gar nicht dran gedacht, deswegen ist eine Schutzplanke, die Anprallhöhe, ist genau die eines Pkw. So, und die Problematik für den Motorradfahrer ist einfach, dass der an den Stützpfosten, der wirkt wie eine Rasierklinge. Er amputiert. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und dann kam immer, ja, sind ja alle selber schuld. Ja, wie selber schuld? Also da war und soll er dann auch sterben? Ja, genau. Oder auch im Pkw, da wird ein Fahrfehler verziert. Der hat ja Schutz um sich herum. Genau, der wird geschützt und der Motorradfahrer leidet ja eigentlich quasi drunter. Und dann haben wir die erste Sicherungsmaßnahme Anfang 2004 in der Eifel gemacht, die L165, ganz legendär. Da war der damalige Verkehrsminister von NRW, der danach einer unserer Schirmherren wurde, war dabei. RTL, Kamera, alles war da, weil es war Premiere. Und da wurde dann die erste Leitplanke installiert? Da haben wir, glaube ich, direkt zu Anfang 16 Kurven und da darf ich auch nicht unerwähnt lassen den Herrn Nikolaus vom damaligen Straßenbauamt NRW Euskirchen, der mit uns das zusammen gemacht hat. Und die gab es nicht in irgendeiner Freigabeliste. Du darfst nicht einfach an der Straße irgendwas hin montieren. Da kann also keiner hingehen, das Ruhrheitsgebiet. Und der hat das mit uns gemacht. Der hat das wirklich stark nach vorne gebracht mit. Und so fing es einfach an. Wie ist es dann von der Finanzierung her? Also gibt der Staat da Zuschüsse? Oder einmal die Frage, warum zahlt der Staat eigentlich nicht selber? Warum es der Staat nicht selber zahlt, das hören wir leider sehr oft, dass das traurig ist. Dann wird gesagt, da demonstrieren wir, die verklagen wir. Dann sage ich aber immer, naja, während du vielleicht zehn Jahre erfolglos klangst, machen wir lieber weiter. Genau. Und wie wir uns finanzieren, war vermutlich deine Frage. Genau. Wie läuft das ab? Stand heute haben wir circa 2000 Mitglieder. Wir haben 50 gewerbliche Förderer. Wir haben Spendenaktionen, die uns finanzieren, die das Ganze überhaupt möglich machen. Spendenaktionen ist der perfekte Punkt jetzt, wo wir mal einhaken können, weil natürlich Kawasaki euch auch unterstützt. Bei der Kawasaki Roadshow, da können ja die Leute für jede zweite Fahrt, die sie da machen, das heißt also bei der Roadshow wird Probe gefahren und für jede zweite Probefahrt spenden sie was. Und da haben wir jetzt hier diese zwei vollen Spendenboxen. Ich würde sagen, die machen wir jetzt einmal auf und gucken mal so ein bisschen. Das ist jetzt aus den letzten vier Wochen, vier Wochen bei diesen zwei Teams angekommen. Ich würde sagen, wir machen das mal auf. Also darf ich währenddessen sagen, als Kawasaki mich anrief und erzählte, dass sie diese Aktion, Spendenaktion für den Messi planen, da war ich echt gerührt, weil wir zählen Kawasaki zu den Big Playern. Und wenn dann auch solche Player dich unterstützen, das tun auch Luis schon seit Jahren, aber so Kawasaki, da hatte ich fast ein Tränchen in den Augen. Verrührung. Wir machen sie mal auf. Darf man sich natürlich einmal bedanken, wir machen die mal auf, genau. Das ist ein Zwischenstand. Das ist ein Zwischenstand. Ich glaube, die letzten vier Wochen bei der Kawasaki Roadshow ist das jetzt zusammengekommen. Da muss man mal sagen, was wirklich, also unter den Motorradfahrern kennt ja eigentlich fast jeder Messi. Und die, die es noch nicht kennen, die sollten es spätestens jetzt kennen, weil es ja wirklich für jeden Motorradfahrer sinnvoll ist, wenn er irgendwo spendet, wenn er irgendwo investiert. Also das ist eine Sache, wo man sehr gerne sich unterstützen oder wo man sehr gerne unterstützen kann. Wie kommt man denn am besten zu euch? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte euch unterstützen, wie mache ich das am blödesten? Am besten, und das ist gar nicht blöde, machst du das, indem du, du kannst Fördermitglied werden, den jährlichen Förderbeitrag entscheidet jeder selber. Okay. Weil ich halte es für ganz wichtig, dass Sicherheit muss finanzierbar sein. Es kann nicht angehen, dass es, sagen wir mal, du würdest einen Festbetrag machen und der eine sagt, ich kann es mir nicht leisten, dann schließt du den aus. Und deswegen haben wir gesagt, jeder darf den Beitrag selbst bestimmen. Dann haben wir gewerbliche Firmen, da geht es ab einem bestimmten Betrag los. Und unglaublich viele Motorradfahrer machen Spendenaktionen. Das sieht man öfter, ja. Und ich möchte aber doch bitte noch ein klein bisschen von der Entwicklung erzählen. Es war damals unheimlich schwierig. Es war wie eine Karre den Berg hochziehen. Und viele haben gesagt, das Thema interessiert keinen. Vergiss es, das will keiner hören, lass es. Wirklich auch Freunde von mir. Aber ich habe einfach gesagt, wieso? Weil du musst ein Thema, was mit Sicherheit zu tun hat, musst du nicht mit Angst und Schrecken transportieren. Genau. Bei uns gibt es keine Appenbeine, Mut oder Unfalle zeigen und damit du, du, du und Vorsicht. Nein. Und deswegen habe ich gesagt, man muss es mit Sympathie machen. Und deswegen auch unser Wortspiel. Wir könnten ja auch Tote Planke heißen. Nein. Merci. Sondern fürs Dankeschön. Ja. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Du wolltest über die Entwicklung reden, wie das nochmal dann erzählte Karren Berg hochziehen. Ja. Und ich habe damals gesagt, und wenn wir nur ein Leben retten, ist es allemal wert. Hat sich schon gelohnt. Weil es kamen Situationen, dann kamen Leute, ja, ich unterstütze euch nur, wenn ihr meine Hausstrecke sichert. Ja, wie bitte? Alles ja. Jetzt mal ernsthaft. Dann sage ich immer, wenn wir so gedacht hätten wie du, nämlich bei dir zählt nur, dass ich, ich bin wichtig, dann erreichst du dich. Ja, genau. Und mir muss der andere, den ich nicht kenne und der woanders fährt, der muss mir genauso am Herzen liegen, dass er überlebt. Genau. Geht es ja um eine Gemeinschaftssache. Ich sage mal, wir als Motorradfahrer sind ja eher eine Gemeinschaft, da muss man zusammenhalten und da ist es auch wurscht. Also klar freut man sich, wenn die eigene Hausstrecke gesichert wird, aber man soll sich auch freuen für jede Strecke insgesamt. Ich sage mal, mittlerweile, wenn man durch Deutschland fährt, sieht man ja wirklich schon viele Unterfahrschutz-Anbringungen. Sind dann auch alle von euch? Fast. Oder gibt es dann mittlerweile vom Staat dann doch vielleicht Hilfen? Nein. Leider hat der Bundestag letztes Jahr den flächendeckenden Unterfahrschutz abgelehnt. Es ist traurig und ich weiß noch, das erste Interview von einem Redakteur danach, der mich fragte ja, was heißt das denn jetzt für euch? Ja, für uns heißt es weitermachen. Das ist ganz wichtig. Aber ich möchte gerade unbedingt was sagen, weil ich es immer wieder feststelle, dass Leute mir Bilder schicken und sagen, guck mal, hier ist die doppelte Planke, ist doch der Unterfahrschutz. Da muss ich unterscheiden. Okay. Ja, ganz wichtig. Wir kennen sogar von der Rennstrecke die Dreifachplanken. Das sind drei starre Systeme, drei Holme. Das hat nichts mit Unterfahrschutz zu tun. Und klär den Hintergrund? Unterfahrschutz ist ein verzinktes Blech und das wird nur an einer Aufhängelasche an der bestehenden Leitplanke befestigt und ist federnd gelagert. Ist ganz wichtig. Na klar, ja klar. Und du kannst dir vorstellen, die starken Systeme an Rennstrecke oder sonst wo, die geben nicht nach. Die müssen nachgeben, um Energie zu absorbieren. Wäre doch fatal, du würdest rein schlagen, du überlebst an der Planke, schlägst aber durch die Wucht wieder zurück in den Straßenverkehr. Ja. Also das ist natürlich von vorne ein bisschen durchdacht. Darf ich auch noch? Gerne, gerne, gerne. Wichtig ist, der Abstand zwischen Holm und Unterfahrschutz sollte fünf Zentimeter nicht überschreiten. Okay. Wir haben es schon erlebt, dass er zum Beispiel 16 Zentimeter ist. Weil, kannst du dir vorstellen, Arm und Beine kommen rein und die sind ab. Wie ist das dann mit der Entwicklung gelaufen, wenn du es gesagt hast, da steckt ja doch ein bisschen was an Technik dahinter vom System her. Hast du dann dafür Leute gehabt oder hast du es dir selber überlegt oder wie ging das? Die Entwicklung, ich habe ja gesagt, dass der Unterfahrschutz wurde in Frankreich gesehen. Und den haben wir dann nach Deutschland genommen. Also das ist das System aus Frankreich? Okay. Ja, das System wurde in Frankreich montiert, ist aber aus Deutschland. Fragt man sich, warum kam es damals nicht nach Deutschland. Dann haben wir damit angefangen, dieses sogenannte Euskirchener Modell, weil wir damit angefangen haben in Euskirchen. Und dann entwickelten sich die Leitplanken weiter. Du musst dir das so vorstellen, die alten Leitplanken haben die Stützpfosten, einen Regelabstand von 1,73 bis 4 Meter, wo dann immer wieder ein Stützpfosten ist. Jetzt sieht man immer öfter neue Schutzsysteme, die haben ganz viele. Genau. Wo dann die Motorradfahrer sagen, das ist ja jetzt wie eine Reibe, da komme ich gar nicht mehr zwischen, weil du hoffst ja, wenn bei einer Verunfallung, egal aus welchen Gründen auch immer, dass du in den Zwischenraum durchkommst. So und jetzt hatten wir das Problem, dass der alte Unterfahrschutz für die neuen Systeme nicht kompatibel ist. Und dann stehst du ja ganz schnell da und dann hast du ein Problem. Dann fällt was hinten runter und das Thema ist durch. Und die Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken, die uns schon seit bestimmt 14, 15 Jahren unterstützt, die haben das weiterentwickelt, den Unterfahrschutz. Und dafür sind wir nach Mailand in ein Crash-Test-Center. Okay. Ihr müsst euch so vorstellen, da wird dann ein Dummy rausgeschossen. Okay. Du baust das System vorher auf. Ja. Ein Dummy wird rausgeschossen mit einer benötigten kmh, logisch. Den kannst du ja nicht rausschieben. Im realen Leben sieht das anders aus. Wie viele Kameras sind das? Womit wird da getestet? Ich glaube, die Geschwindigkeit war, glaube ich, 80. Okay. Aber da kann ich mich jetzt nicht fällen. Und dann schlägt er ein und dann sitzen da ganz viele Techniker, die das dann bewerten. Und das sind bange Stunden, ob das durchgeht. Weil ein Testlauf ist richtig teuer. Du kannst fast 20.000 zahlen für einen Testlauf. Und wenn es beim ersten nicht klappt, dann siehst du, wie es teuer wird und dann tut es weh. Und es hat beim ersten Anprallversuch geklappt, der ist durchgekommen. Und jetzt haben wir zwei Unterfahrschutzsysteme. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, die befinden sich beide in der Einsatzfreigabeliste. Das ist sehr technisch. Bei der BAST, ganz wichtig, die müssen ja Anprallstufen durchstehen und die DIN-Norm erfüllen. Und das heißt, wir haben jetzt dieses alte System, Euskirchener Modell, den Unterfahrschutz. Für die Schutzplanken, die es noch tausende Kilometer in Deutschland gibt, halt alte Systeme. Und das neue System unter Fahrschutz, die nennt sich EcoSafe MPS, technisch egal, für die neuen Systeme. So, das heißt, wir decken beides ab. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig, ja klar. Jetzt hast du von deiner Seite aus noch etwas zu sagen. Sonst würde ich nämlich mal übergehen. Ich habe ein paar Fragen an Leute gestellt und würde mal gucken, ob... Wir haben jetzt schon das meiste beantwortet, aber vielleicht warte doch noch die eine oder andere Frage. Auf uns, also es wird natürlich ganz oft gefragt, wo oder wie man dafür spenden kann. Ein guter Weg ist natürlich bei Kawasaki zu den Roadshows zu kommen und dann einfach mehrfach zu fahren und dann was zu spenden. Da kann man fahren und tut was Gutes. Ihr seid auch auf, das wurde nämlich auch gefragt, ihr seid auch auf Social Media vertreten. Ja. Ihr habt Instagram, da heißt ihr Merci. Auf Facebook Merci, da findet man euch überall. Ja, auf Instagram heißen wir Merci Officer. Okay, das blenden wir alles mal ein. Dann könnt ihr das auf jeden Fall mal abchecken und euch da auch natürlich per Social Media unterstützen. Ich denke, das bringt natürlich auch was, dann diese ganze Sache ein bisschen weiter zu bringen. Während du eine Frage suchst, darf ich eine Frage beantworten, die immer wieder gestellt wird, die auch wichtig ist. Nach welchen Kriterien werden Kurven mit Unterfahrschutz ausgestattet? Ist ja ganz wichtig. Das wäre jetzt auch was, was ich gefragt hätte. Perfekt. So, das heißt natürlich, das sind Unfallkommissionen. Es gibt ein Unfalltypen-Steckkartensystem. Das heißt, du musst dir eine Landkarte vorstellen. Da sind lauter Nadeln, die unterschiedliche Unfälle wiedergeben, die es gab. Und dann auch noch die Dicke, der Nadel, des Nadelkopfes, die die Unfallschwere wiedergeben. Okay. So, das heißt, wenn du jetzt in eine Kurve, wo noch nie was passiert ist, Unterfahrschutz hinmachen, ist ja nicht sinnig, oder? Weil es heißt, erst mal Gefahren stellen. Erst mal Gefahren stellen, ja. Und das heißt, man kann also nicht einfach sagen, machen wir die Kurve. Das wird geprüft, dann ist meine Aufgabe, dass ich mit den Behörden und den jeweiligen, die Zuständigkeiten, die variieren ja, ist es eine Bundes-, eine Landes- oder eine Kreisstraße. Schon sind ganz andere Zuständigkeiten. Ja, genau. So, und es ist so, dass dann überprüft wird. Dann kommen die Leute, verständlicherweise, da muss immer erst was passieren. Bis. Nein, das ist traurig, natürlich, dass es sich den Anschein erweckt, als müsste erst was passieren. Aber trotzdem weiß ich doch, dass ich eine Strecke, die in der Vergangenheit durch Unfallhäufung aufgefallen ist, dass ich die doch zuerst fischere. Ja. Und dann geht es um die Finanzierung. Das ist ja auch ganz wichtig zu wissen. Wir haben, am Anfang haben wir die Sicherungsmaßnahmen bezuschusst bei den Behörden. Ganz wichtig, weil sonst würden wir die Behörden ja aus der Sicherungspflicht nehmen. Wäre ja nicht in Ordnung. Und wir können auch nicht alles bezahlen. Unsere allererste Sicherungsmaßnahme, von der ich eben erzählt habe, die hat, glaube ich, 170.000 Euro gekostet. Weißt du, dass man es einordnen kann, wie viele Kurven? Nein, da komme ich gleich auch noch zu. Ist auch immer gerne gefragt. Ja, genau. Wie viele Meter steht meine Spende? Diese 170.000 hätten wir damals nach einem halben Jahr ja gar nicht gehabt. Das wäre ein Unding. Und wenn du alles bezahlst, dann sitzt du die halbe Zeit und kannst nichts tun, weil du müsstest Geld reinholen. Das ist gar nicht unser Ding. Und deswegen haben wir gesagt, wir bezuschussen und damit der größte Teil von den zuständigen Behörden kommt, um die nicht aus der Sicherungspflicht zu nehmen. Und mittlerweile haben wir auch schon Situationen, wo wir komplette Strecken bezahlt haben. Okay. Oder uns die mit den jeweiligen Behörden finanziell teilen. Okay. Du kannst nicht sagen, es kostet so und so viel. Weil wir haben Situationen, hatten wir gerade in Bayern. Da sollte eine Kurve gesichert werden. In der Corona-Zeit bin ich hingefahren. So schnell war ich noch nie in Bayern, in Kulmbach. Und habe mir das angeschaut und dann siehst du eine Leitplanke. Ich habe so formuliert, wie Dresden 45. Ein Ur-Ur-Ur-Alpssystem noch mit Doppel-T-Träger. Das sind die noch scharfkantigeren Stützpfosten. Die wurden später abgerundet. Dann waren es die Sigma Pfosten. Okay. Bringen auch nicht sehr viel, aber ein bisschen. So, das heißt, da muss alles weg. Da muss alles komplett neu gemacht werden. So und dann gehst du in die Verhandlung. Und dann sagst du, ja okay, den Unterfahrschutz zahlen wir komplett. Wie sieht es aus, wenn wir uns den Rest teilen und so weiter. Und jetzt zu der Frage, frag doch mal, wie viel Meter Unterfahrschutz kostet. Genau, das wäre jetzt die Frage. Hab ich mir gedacht. Genau. Der Meter Unterfahrschutz kostet ungefähr, jetzt muss ich ja unterscheiden zwischen dem alten System und dem neuen. Wir haben ja zwei Systeme, die wir auch brauchen. Aber ich sag mal so ungefähr 30 Euro. Pro Meter. Imklusive Montage. Okay. So, jetzt variiert es aber. Du kannst nicht sagen, was kostet eine Kurve. Weil erst mal sind ja 30 Euro, wenn man es jetzt so hört, sagt man, geht ja. Ja, genau. Dann kommt es aber, was für ein Radius hat die Kurve. Okay. Da müssen die ja gebogen werden vor Ort. Und dann die Kopfstücke. Mhm. Die sind ganz wichtig. Kopfstücke, ich sag mal Anfang und Endstücke von der Kurve, muss ja auch gesichert werden. Da muss das Blech komplett drum. Das ist ein separates. Das kostet natürlich mehr. Das kostet ungefähr 60, bei dem neuen System 80, 90. Mhm. Okay. Und ich hab mal so überschlagen auf der Fahrt hier hin, so in den 17 Jahren. Wir haben ungefähr im Wert von 4 Millionen. Das Geld hätten wir nie gehabt. So und das heißt, wir können heute sagen, wir haben in 11, 12 Bundesländern ca. 1000 Kurven. Gesichert. Ja. Und ich hab damals gesagt, und wenn wir nur ein Leben retten, war es allemal wert. Mindestens. Und das ist das Schöne, die Rückmeldung, die du kriegst. Weil wir sind ja nicht überall und können immer wieder gucken. Wir kriegen zwar manchmal Meldungen, aber dass Leute uns schreiben. Eine Mutter schreibt, bedankt sich für ihren Sohn, kannte Merci gar nicht, fährt nicht Motorrad, hat erfahren, dass er dank des Unterfahrschutzes überlebt hat. Und das ist ein Motor und das ist das größte Dankeschön. Und das gebe ich immer an unsere Unterstützer weiter. Perfekt. Also ich muss sagen, wir haben jetzt alle Fragen eigentlich, die mir gestellt wurden, hast du mir schon beantwortet. Deshalb brauche ich davon gar nichts mehr stellen. Und das waren, denke ich, auch schöne Worte, um das Thema abzuschließen. Ich danke dir Monika auf jeden Fall, dass du hier warst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit der ganzen Aktion. Und ich werde da auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zusteuern. Und wenn man dann, wie du schon gesagt hast, nur einen davon abhält, Gliedmassen zu verlieren, dann hat man schon alles geschafft. Dankeschön. Und ich sage Danke und besonders an Kawasaki für die Roadshow und diese Spendenaktion für Merci. Ich finde es großartig. Dankeschön. Jetzt haben wir uns vorhin ganz viel unterhalten über Racing, wie es bisher war, was auch aktuell die Lage ist. Und jetzt wollen wir ein bisschen mit dem Toni und dem Sandro darüber reden, wie denn so die Zukunft vom Racing aussieht. Wo geht das alles hin? Gerade natürlich auch, wie wir sehen, in der MotoGP haben wir ein bisschen E-Sachen. Wo geht es da hin? Und natürlich auch vom Nachwuchs her, wie sieht es in Deutschland aus? Und ich würde sagen, da fangen wir gleich mal mit dir Sandro an. Erzähl mal, wo sind so deine Gedanken? Was glaubst du, wo geht es so hin? Und wie sehen so die nächsten Jahre im Racing in Deutschland aus? Ja, da sind die Meinungen sehr gespalten. Also ich bin da sehr kritisch, weil im Nachwuchsbereich bei uns in Deutschland leider, oft die falschen Entscheidungen getroffen wurden, die falschen Cups oder Nachwuchsprogramme in die Welt gerufen wurden. Und wenn man sich da Italien anschaut oder Spanien, was da wirklich in den letzten Jahren passiert ist und was für Talente da rausgekommen sind, da ist Deutschland wirklich sehr weit hin. Also wir haben jetzt noch Marcel Schrötter in der Moto2BM als einzigsten deutschen Fahrer und dann kommt lange Zeit niemand mehr. Und ja, da ist die Schuld einfach bei den großen Verbänden, dass man da einfach mehr in den Hobbybereich Geld investiert hat und nicht in die ganz jungen Projekte. Also meiner Meinung nach muss man schon wirklich mit Pocket-Bike-Rennen anfangen mit 8, 9 Jahren, um da die Talente zu fördern. Weil heutzutage, wenn man mit 13, 14 Jahren aufs Motorrad steigt, ist man schon zu alt. Also man geht mit 15, 16 Jahren in die Motorrad-WM und da sind die meisten, sei es Spanier, Italiener, jetzt auch in den letzten paar Jahren kommen viele Talente aus Asien, Malaysia, hat ein richtig cooles Programm, den Asia Talent Cup aufgerufen und da sind so viele super Fahrer rausgekommen. Und das braucht einfach auch Deutschland, weil das geht nicht von heute auf morgen, das wird auch nicht in zwei Jahren passieren. Das dauert eine Weile bis wirklich vielleicht ein Top-Fahrer es wieder in die WM schafft. Und da muss einfach viel gemacht werden, um einfach, gerade in Deutschland, wo wir eh schon wirklich immer kämpfen, dass der Motorsport eigentlich da wieder hinkommt, wo er auch meiner Meinung nach hingehört. Es sind Motorradbegeisterte überall in ganz Deutschland. Aber wenn wir natürlich keine Fahrer haben wollen, die in der WM mitfahren, dann ist es auch schwierig, Sponsoren zu finden oder Fabrikate, wo dann wirklich das jeweilige Land auch unterstützen. Und das war, ich nehme immer so den Boris Becker als Beispiel, nachdem kam eigentlich der Tennisboom. Und auf das wartet eigentlich Deutschland seit vielen Jahren, dass wieder wirklich mehrere deutsche Fahrer in allen Klassen vertreten sind. Wir warten auf den Boom. So ein bisschen geht es jetzt über die IDM zum Beispiel los. Wir hatten schon ein bisschen geredet über die 300er-Klassen. Da gibt es ja so ein bisschen jetzt den Einstieg in die WM. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, wie das so aktuell aussieht oder auch für die Zukunft? Ja genau. Also die 300er-Klasse ist halt eigentlich ein sehr gutes Umfeld, um zu lernen oder mit dem Rennsport anzufangen im jungen Alter. Es ist ja in den letzten Jahren alles auf Viertaktmotoren umgestellt worden. Und damit war so die klassische Beziehung Vater-Sohn an der 125er-Zwotakter zu bauen, das war vorbei. Weil man an der Moto3 mehr einen Laptop braucht, als einen Vergaser einzustellen und damit ein Ingenieurstudium. Mit der 300er-Klasse ist, sage ich mal, so eine Chancengleichheit unter allen geschaffen worden. Es gibt eine, wenn man es so will, Battle of Performance zwischen den Herstellern mit 300cc, mit 400cc, mit 390cc, mit 500cc, so dass sie alle irgendwo auf einem Level sind. Und das Wichtige für die Nachwuchsförderung ist halt, was Kawasaki jetzt macht, halt ein Team oder eine Struktur zu schaffen aus der IDM 300 bis in die Weltmeisterschaft, also die 300er-WM. Nehmen wir jetzt den letztjährigen Gesamtsieger in der 300er-IDM, Angelo Liccardi. Der ist halt ziemlich groß gewachsen, aber da hat Kawasaki dann halt gesagt, okay, wir transferieren ihn jetzt in die Supersport 600. Also da ist sozusagen diese Infrastruktur, das ist, sage ich mal, das, was wir auf Teamseiten brauchen, um halt den Weg dann auch in die WM zu schaffen. Und von den Zuschauern, ich habe ja ein bisschen gefragt, was die Leute interessiert, ganz viele hat auch interessiert, wie fängt man denn als, sage ich mal, Normalo an? Und wir hatten es gerade schon gehört, du hast gesagt, also wir müssen schon ganz früh anfangen, die Talente zu fördern. Irgendwie müsste man ja in Deutschland so ein bisschen mehr Verständnis dafür kriegen und auch mehr vielleicht Vereine kriegen, die wirklich dann, die sich die 6-7-Jährigen schnappen und sagen, hey, setz dich hier aufs Morbid, fahre und wir gucken mal schon in dem jungen Alter. Da muss es losgehen. Genau, weil jetzt mittlerweile sind auch, gerade wie Kawasaki das macht, in der 300er-Klasse sind die Gegebenheiten schon da. Aber natürlich müssen dann die Fahrer dann schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Also die 300er-Klasse ist so die Anfangsklasse, sagen wir mal, wo dann die jungen Talente in die 600er-Klasse kommen und dann in die Superbike oder Moto2WM oder MotoGP, wenn es um die Rennen geht. Aber natürlich muss dann so ein Rennfahrer, wie es im Fußball, im Fußball fangen die Jungs ja auch im Kleinalter an. Jeder zieht seine Fußballschule an, geht auf den Fußballplatz und kickt mit 6-7 Jahren und lernt das nicht erst mit 12 oder 13, weil da ist auch schon eigentlich der Zug abgefahren. Und da müsste einfach noch, so wie es früher bei mir war zum Beispiel, da waren die Pocketbike-Klassen voll, in jeder Klasse 30 Starter und das fehlt mittlerweile leider, weil einfach das man einfach zu vernachlässigt hat. Aber wenn das wieder geschaffen wird, denke ich, hat man wirklich die Möglichkeit, von ganz klein bis ganz in die höchsten Klassen aufzusteigen. Aber man braucht einfach wirklich die Gegebenheiten. Jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, also wie das ganze, sage ich mal, personell läuft. Jetzt ist es natürlich auch so, im Motorradbereich bewegt sich gerade ganz viel. Auf der Straße haben wir es mit neuen Euro-Normen und Lärmbegrenzungen. Und in der Zukunft haben wir jetzt ja bei der Moto E, sind wir mit E-Fahrzeugen jetzt schon dabei. Was glaubt ihr, das stelle ich jetzt einfach direkt an beide, wo wird da motorentechnisch oder wirklich fahrzeugklassentechnisch, wir haben es beim 600 an, dass nicht mehr jeder Hersteller mitmacht, sage ich mal. Wo werden wir da mal irgendwie hinkommen oder wie sieht da die Zukunft aus? Es ist im Moment, glaube ich, ganz schwierig zu sagen, in was für eine Richtung das geht. Ich denke, klar, die Moto E ist gerade auch stark im Kommen. Das wird ein Teil unserer Zukunft sein. Ich bin der Meinung nach, der in Anführungsstrichen echte Rennsport wird immer mit normalen Motoren sein, weil das einfach aus Tradition und Rennsport gehört einfach. Da beziehen Geruch dazu, Motorengeräusche und alles. Aber man muss sich auch auseinandersetzen und offen für alles sein. Wie ist mit dem Motto E, man hat die Formula E. Wer sehr erfolgreich ist. Genau, das wird die Zukunft mit sich bringen. Aber was dann wirklich so wie und was geschehen wird, denke ich, ist jetzt noch zu früh. Du sagst, da könnte die Reise hingehen. Wie ist es denn da aktuell in der IDM jetzt gerade auch? Die 600er Klassen werden ja bis vor kurzem noch einige Cups, die jetzt auch in der IDM gegangen sind. Wie sieht es da aus? Ja, im Moment halt alles, schwierig nicht, alles wie gehabt, weil ich sag mal in der IDM, ja, bist du auch mit einem älteren Modell noch gut aufgestellt. Das, weil das Reglement mehr oder weniger halt auch auf Chancengleichheit ausgerichtet ist mit dem Superstock-Reglement und das zusammenzuhalten. Wie sich die Klassen entwickeln werden, ja, die 600er Klasse, ob die nochmal eine neue Belebung erfährt, kann nur die Zukunft bringen. Fakt ist, dass die 300er, 400er, 500er, also diese Nachwuchsklasse den Herstellern auch eine Berechtigung in einem anderen Punkt gibt. Nämlich diese Motorräder, denke ich mal, werden relativ häufig verkauft und die sind auf der Straße fahrbar. Ich meine, ja, ich fahre auch Tausender, aber eine Tausender hat auf der Straße eigentlich nicht viel zu suchen. Deswegen, das ist für viele dann auch, boah, 180 Kilo, 200 PS, sowas kaufe ich mir nicht für die Landstraße. Der Motorradrennsport an sich ist ja eigentlich immer aus dieser Entwicklung herausgewachsen, was bauen wir für die Straße. Teilweise ist es jetzt andersrum, jetzt wird für die Rennstrecke gebaut und wir verkaufen sie auch für die Straße. Und dann ist die 300er, 400er Klasse, das ist halt so der erste Schritt, um den Herstellern wieder, sag ich mal, entgegenzukommen und zu sagen, ja, hier könnt ihr euer Motorrad präsentieren. Und gerade im Sportproduktionsbereich, sag ich mal, also die Superbike-Klassen, du kannst dich halt auf die Tribüne setzen und sagen, da fährt mein Motorrad, das hat gewonnen. Ja. Da sind wir wieder bei dem, wie Rennsport auch angefangen hat. Mit dem Bezug. Win on Sunday, sell on Monday. Ja. Ja gut, also das ist natürlich absolut richtig, was du sagst mit dem Bezug. Ich denke auch viele junge Fahrer, wie gesagt, wir haben einige Fragen gekriegt, wie komme ich da hin? Die, es gibt schon viele, die in Deutschland Bock drauf haben und die warten eigentlich nur drauf irgendwie dann anzufangen. Also wenn wir da in alle Richtungen, sagen wir mal, über Vereine uns breiter aufstellen, dann denke ich, kann die Zukunft auch in Deutschland besser werden. Gibt es vielleicht Tipps, wenn jetzt da draußen jemand ist und der sagt, hey, ich habe richtig Bock auf sowas. Ich habe vielleicht auch einen Vater oder eine Mutter, die mich unterstützt. Hast du einen Tipp für so einen Jungen, wo kann der anfangen, wie kann der starten? Also ich denke, die 300er Klasse ist eigentlich die perfekte Einstiegsklasse, wo es im Moment gibt. Ist kostengünstig, weil wenn man direkt in die Moto3 einsteigt, da geht es dann wirklich wieder in eine ganz andere Kategorie Preisklasse. Und darum denke ich, um für sich selber mal rauszufinden, ist das wirklich was für mich. Und wenn gerade jemand 12, 13, 14 ist, ist das eigentlich die perfekte Maschine, wo man einfach noch die Kosten überschauen kann. Und dann erkennt man ziemlich schnell ein Talent und kann dann fördern und schauen. Und oft geht es dann doch ziemlich schnell auch über die Moto3-Klasse, NC600er oder Supersport, Superbike. Aber für mich einfach, wie gesagt, so eine 300er, da ist eigentlich alles da, um schnell zu fahren. Man kann selbst dann mit der 300er einen Trackday mieten und dann einfach schauen, okay, was kann ich, was will ich. Und dann für sich selber entscheiden, in was für eine Richtung das geht. Dann danke ich euch bei, ja gerne. Also es ist aber auch, das soll jetzt nicht heißen, dass es zu spät ist, wenn man 18, 19, 20 ist. Also es gibt einen bekannten Rennfahrer, zumindest in der deutschen Szene, der hat sich von seinem Lehrlingsgehalt mit 18, 19 das erste Motorrad gekauft. Und der ist nach wie vor der schnellste Deutsche, der jemals auf der Isle of Man gefahren ist. Und der hat seine Karriere halt, sage ich mal, auch erst spät begonnen. Das heißt manchmal vielleicht gar nicht so am Alter auch festmachen, sondern sagen, ich habe Bock, ich probiere es. Es ist sicherlich klar, mit drei, vier, fünf, sechs Jahren sollte man anfangen, wenn man die Ambitionen hat, mal der nächste Marquez oder der nächste Sandro Cortese zu werden. Aber das Thema, dass Rennstreckefahren Spaß macht, weil dir nichts entgegenkommt, weil keine Bäume sind, keine Mauern. Das ist einfach das, wo du auch, sage ich mal, ich bin mit fast 30 das erste Mal Rennstrecke gefahren. Ist ja auch gut. Ist auch nicht zu spät. Das war ja, was ich vorher angedeutet habe, war ja wirklich, wenn jemand das Ziel hat, von rein auf Rennfahrer zu werden. Wenn jetzt einer Freude am Motorradfahren hat und sich das mit 13, 14 Jahren für sich entdeckt, ist das natürlich, hat er alle Möglichkeiten, auch im Hobbybereich, wie jemand gerne Fußball spielt, Tennis spielt oder einfach nur auf nationaler Ebene zum Fahren, ist das immer noch das perfekte Alter. Also mit 15 ist man ja noch blutjung und hat dann nur das ganze Leben vor sich, auch als Motorradfahrer und mit einer nationalen Motorradkarriere oder nur das auf einem Hobbybereich machen will. Also wirklich, nein, auf keinen Fall. Okay. Und dann eben lieber, wenn man sich mal so einen Supersportler ausprobieren will, lieber auf die Rennstrecke gehen. Das ist natürlich deutlich besser, das ist klar. Auf der Straße anfangen. Das finde ich immer. Viel, viel besser. Jeder, der gerne schnell Motorrad fährt, es gibt so viele Renntrainings mittlerweile. Man kann auch, egal auf welcher Rennstrecke, sei es in Deutschland, Spanien, Italien, für wenig Geld sich da ein Wochenende einmieten, da wirklich mal sagen, okay, ich gehe mal an mein Limit, vielleicht auch mal über mein Limit, aber weiß, wenn was passiert, ich rutsche weg, fahre ins Kiesbett, stürze vielleicht auch, aber weiß, es kommt mir niemand entgegen. Es ist kein Baum, es ist keine Mauer irgendwo oder kein Traktor fährt aus einem Feld raus. Und da kann man einfach auch wirklich das Motorradfahren mal viel besser für sich entdecken. Einfach mal sagen, okay, wie reagiert das Motorrad? Was macht das? Auf der Landstraße, wenn das einmal schief geht, tut es meistens sehr weh und ist sehr gefährlich. Und da einfach, man kann sein Motorrad auf den Hänger packen, im Hockenheimring, Nürburgring, egal wo, gibt es Trackdays und sagen, okay, ich lerne mein Motorrad, was ich normal auf der Straße fahre, auf der Rennstrecke kenne. Und geht dann meiner Meinung nach viel sicherer wieder auf die Landstraße zurück, weil ich weiß, okay, in einer Ausnahmesituation weiß ich viel besser, wie mit meinem Motorrad umzugehen. Gut, also dass Rennstrecke das Beste ist, dass es überhaupt gibt, da sind wir uns alle einig. Und ich denke, das ist also jetzt auch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich euch beiden fürs Kommen, fürs Dasein. Sandro, dir wünsche ich natürlich alles Gute für die Saison, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht alle mal auf der Rennstrecke und dann fahren wir mal zusammen eine Runde. Gerne. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.